Ich freue mich sehr, heute Christian Kerdi begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Dankeschön. Wir haben uns im Vorfeld zum Thema Wahlen überlegt, wie wir neue Kommunikationswege und Möglichkeiten nutzen können, um noch mehr Menschen die Ansichten der Kandidaten näher zu bringen. Allen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters von Bad Schönborn haben wir einen Podcast angeboten mit den gleichen Fragen. Bei diesen zehn Fragen, direkt aus der Mitte unseres Gemeindelebens, können Sie zeigen, wie Ihre Standpunkte zu wichtigen Themen sind. Ich freue mich nun gemeinsam mit meinem Kollegen Christian Ries, ihn ein wenig auf den Zahn zu fühlen. Der gesamte Podcast-Dauer beträgt 20 Minuten. Auch dies ist für alle Kandidaten gleich. Los geht's. Alles klar, dann fangen wir mal an. Was macht Bad Schönborn in Ihren Augen besonders und warum möchten Sie hier Bürgermeister sein? Ja, also ich möchte gern hier Bürgermeister sein, weil ich schon mein ganzes Leben hier verbracht habe. Ob es Grundschule, Kindergarten, Ferien, alles. Das ganze Leben hat sich schon immer in Bad Schönborn abgespielt. Und ich bin einer von uns und deshalb will ich auch einer für uns sein. Und deswegen möchte ich Bürgermeister von Bad Schönborn werden. Welche besonderen Fähigkeiten qualifizieren Sie dazu, in unserer Gemeinde Bürgermeister zu sein? Das habe ich als schon auch von meiner Hausbesuche gehört. Was qualifiziert mich dafür? Ich glaube, mich qualifiziert mich dafür, dass ich bürgernah bin, dass ich freundlich bin, allen gegenüber aufgeschlossen bin, dass ich hilfsbereit bin, dass ich mir Neues aneignen tue und dass ich einer von der Straße von uns für die Menschen bin. Und das befähigt mich dafür, Bürgermeister zu werden. Wie werden Sie als Bürgermeister das Ehrenamt und die Vereine in der Gemeinde unterstützen? Ja, also Vereine und Ehrenamt gehören für mich zusammen, weil ohne Ehrenamt gar kein Verein existieren könne. Ich selber engagiere mich ja auch in Vereinen, ehrenamtlich als Turntrainer oder auch im Kindergarten, wenn ich Lesepate mache. Das ist alles ehrenamtlich. Und ich muss sagen, wenn es die Leute nicht geben würde, würde es keine Vereine geben. Und die Vereine sind eigentlich sehr gut aufgestellt mit ihren Ehrenämtern. Sie haben verschiedene Rubriken, wo sie ein Wirtschaftsteam, ein Finanzteam, Vorstände, egal was haben. Und bis zum kleinsten runter ist alles gut durchorganisiert, sind alles ehrenamtliche Menschen. Und so sollte es sein. Es ist nicht selbstverständlich, wenn man Großstädte sieht, wo Vereine kaputt gehen, weil sie keine Ehrenamtlichen mehr haben. Aber das sollte man stärken. Jeder muss da ein bisschen mithelfen und dann klappt das auch. Wie sieht Ihre Prioritätenliste nach Ihrer Wahl aus? Nach der Wahl, ja, ich habe es ja gesagt, ich möchte bürgernah sein. Ich möchte auch in erster Linie mal für die Kinder was ins Leben rufe, weil da sehr großer Handlungsbedarf ist für Jugendliche. Auch mit meinem Zu-Fuß-durch-die-Straße-Zieher, mit Jugendlichen schon gesprochen habe. Die haben auch zu mir gesagt, sie haben keine Möglichkeit, sich irgendwo frei zu entfalten. Es gibt ganz, ganz wenig Plätze. Da möchte ich natürlich auch gleich mal sagen, da muss dringend was gemacht werden. Ich habe auch schon sehr gute Ideen dafür. Habe ich auch den Jugendlichen schon gesagt, die waren davon begeistert. Ich habe das selber von meiner Jugendzeit erlebt. Und ja, so eine Sache möchte ich auf jeden Fall umsetzen. Kinder, Jugendliche, natürlich die ältere Person vergesse ich nicht auch. Für die habe ich auch Ideen. Alles klar. Wie werden Sie denn konkret den Ausbau des schnellen Internets und sicheren Internets für alle in Bad Schönborn vorantreiben? Ja, also wenn das meine Freunde jetzt hören, die werden sich kaputt lachen, weil ich bin noch ein altgebackener Mensch. Ich gehe lieber zur Post, ich gehe lieber zum Reisebüro, während andere das im Handy machen oder digital machen. Ja, aber durch das, dass ich im Geschäft das schon miterlebt habe, wie die Digitalisierung voranschreitet, wie, ja, wenn ich ja Bürokratie das mit sich bringt, wie mehr Plätze frei wäre, ja, dass quasi weniger Staufläche für Ordner und Unterlage gebraucht wird. Man findet schneller was. Wegen dem, ich habe ja auch schon mitbekommen, durch das, dass ich ja hier lebe, in Langebrücke wurde ja schon ein schnelleres Internetnetz angeschlossen da. Das sollte natürlich für ganz Bad Schönborn dann auch so sein. Ich finde es auch toll, dass ich heute bei so jungen Leuten sitzen darf, weil das Medium kannte ich ja vorher nicht so richtig. Und das ist eigentlich eine sehr gute Kommunikation, anderen Leuten schnell zu wichtigen Informationen zu kommen. Und so sollte das auch in der nahen Zukunft sein. Bleiben wir gerade beim Themengebiet. Wie verbessern Sie den IT-Unterricht an den Bad Schönborner Schulen? Ja, mit IT-Unterricht, wie gesagt, in der Schule, meine Tochter ist in der zweiten Klasse, da haben wir jetzt nur noch das einfache Lese und Schreibe und Rechne jetzt da. Mit der IT-Sache, früher, wo ich in der Schule war, hat es immer geheißen, es gibt einen Computerraum, da wurden die ersten Computerbegriffe mal erklärt, da war es noch grün und ganz, ganz schlicht der Computer, es hat sich sehr viel entwickelt. Die Computersachen sind sehr witzig, wie ich sage, nützlich natürlich für die Jugendlichen, wo auch später im Berufsleben sehr gebraucht wäre, deswegen sollte das wirklich auch gefördert werden, es sollte neue Computersachen in der Schule aufgebaut werden, dass auch die Jugendlichen schon fürs spätere Berufsleben Erfahrungen sammeln können und dass ich da wirklich gute Ausbildung, Grundausbildung schon bekomme. Wie tragen Sie als Bürgermeister dazu bei, den Tourismus in der Gemeinde zu stärken und die davon abhängigen Arbeitsplätze zu sichern? Der Tourismus hier in unserem Ort lebt ja zum Teil von der schönen Gegend hier oder vom Thermalbad und das ist eigentlich schon sehr gut aufgestellt bei uns im Ort durch das Kuramt quasi, ist das schon sehr gut gedeckt, die Geschäfte leben von den Kurgästen quasi, die Hotels und alles. Ich möchte aber noch ein bisschen mehr Menschen im Ort stärken, ich möchte quasi auch die kleinen Selbstständigen ein bisschen teilhaben an den Kurgästen, das steht dann auch in meinem Wahlprogramm drin, ich möchte Selbstständige ein bisschen mit ins Boot nehmen, dass sie Flyer, Plakate und Prospekte mal auch in den Kurkliniken auslegen dürfen, ohne was vorher dafür zu bezahlen, weil so kleine Geschäfte, Masseure, Friseure, Blumenläden, selbst die Wirtschaftslokale, jeder lebt davon, von Kundschaft und die muss man stärken, damit wir sie auch irgendwann mal haben, wenn wir zum Blumenladen wollen. Dann haben wir auch den Blumenladen im Ort und müssen nicht in den Nachbarort fahren und die Kurgäste wollen vielleicht auch mal ein paar Blumen mit nach Hause nehmen. Dann, so will ich kleine Selbstständige mit dazu nehmen und das heißt dann auch, Arbeiten in Bad Schönborn soll gefördert werden und so fördern wir die kleinen Selbstständigen. Haben Sie fast schon Teil meiner nächsten Frage vorweggenommen. Wie werden Sie Unternehmen und Startups in Bad Schönborn fördern? Ja, also wie gesagt, Ewa habe ich es schon angesprochen, ich möchte sie wirklich an der Kurgeschichte teilhaben. Ich möchte wirklich das kleine Selbstständige mit dazu kommen, sich noch so klein ein bisschen mit integrieren, quasi, dass sie mehr von den Kurgästen haben, dass sie stärker rauskommen aus der ganzen Geschichte. Ich weiß selber, ich habe selber Schulkameradinnen oder Freunde, wo jetzt kleine Betriebe haben oder kleine Selbstständige sind und ich weiß, wie schwer sie es im Leben haben, dass sie über die Runde kommen müssen und so will ich denen natürlich auch stärker helfen. Ich habe es euch auch schon am Anfang gesagt, ich finde es toll, was ihr da macht. Das sollte man natürlich auch nicht vergessen, auch die digitale Medien sollte man stärken, dass es vielleicht auch mal sowas gibt, dass es dann auch einen Blog gibt, vielleicht auch von der Gemeinde her so einen Blog gibt. Da gibt es ein junges Unternehmen, die bringen die neueste Sache digital, die sollte man auch stärken dann. Ja, Sie haben eine Integration, nächste Frage. Wie fördern Sie die Integration der vielen Zugezogenen in unserer Gemeinde? Okay. Die Integration, jetzt ist es ein schweres Wort für mich, also die Zugezogenen, ja, ich bin selber aus einer Familie groß geworden, wo nach dem Krieg durch Vertreibung nach Mingolsheim gekommen sind und ich muss sagen, von meinen Großeltern her oder auch von den Geschichten unterwegs bis jetzt, wie die Leute früher schon den Zugezogenen geholfen hatten, und das war ganz toll und heute sehe ich das auch, wenn die neu Zugezogenen bei uns in den Ort kommen, wie sie sich wohlfühlen, wie sie auch Anschluss finden in Vereinen. Man muss natürlich selber auch was dafür machen, man muss sich natürlich nicht zu Hause hinsitzen, man muss zu den Vereinen hingehen und sagen, man würde gerne dazu kommen und das ist ein Geben und ein Nehmen, sage ich immer, von den Zugezogenen oder von den Einheimischen. Jeder muss ein bisschen auf den Anderen zugehen und dann stärkt das eigentlich unser Gemeinschaftsgefühl und das ist in Bad Schönborn sehr gut gegeben eigentlich. Bitte vervollständigen Sie den Satz. In acht Jahren ist Bad Schönborn? In acht Jahren ist Bad Schönborn acht Jahre älter. Keine Ahnung. Nein, nein. Ja, in acht Jahren sehen wir dann weiter, dann wird die nächste Bürgermeisterwahl anstehen. Alles klar. Wir haben jetzt noch ungefähr neuneinhalb Minuten Zeit. Wenn Sie jetzt möchten, können Sie noch ein Schlusswort sprechen und den Hörerinnen und Hörern noch mitteilen, vielleicht ein Thema, wo jetzt noch nicht direkt angesprochen wurde, was Ihnen am Herzen liegt. Okay. Also, es gibt ja wirklich viele Sachen, wo mir am Herzen liegen, da die Menschen hier im Ort wissen es eigentlich, dass ich mich sehr arg für Kinder engagiere, von Kindergärten bis Schule eigentlich oder Turnvereine. Ich engagiere mich wirklich sehr arg für Kinder und das habe meine Großeltern und mein Vater eigentlich mir, selbst meine Mutter eigentlich früh beigebracht. Wenn man sich wohlfühlen will, muss man mehr machen wie normal. Man muss sich mehr engagieren. Dann bekommt man auch viel mehr zurück. Ich sehe es an meinen Kindern. Ich sehe es an den Kindern im Ort, wie sie mich freundlich begrüßen, wenn ich durch die Straßen laufe. Freunde haben schon zu mir gesagt, wenn die Kinder alle wählen würden, dann wäre das gar keine Frage, wer Bürgermeister werden würde. Sie kennen mich auf der Straße, die winken mir zu, sie freuen sich, zu mir ins Turnen zu kommen. Und das zeigt mir eigentlich, dass ich mich engagiere, dass ich alles geben werde, dass ich den Kindern gute Ausbildung, gute Möglichkeiten geben kann. Und so möchte ich das auch den Erwachsenen, den Jugendlichen. Ich habe viele Ideen. Es gibt viele Probleme, wo man anpacken muss hier im Ort. Ob es jetzt auch die Infrastruktur ist, quasi mit den maroden Gebäuden, wo man haben. Und wenn man dann alles hört, dass fremde Leute in den Ort kommen und dann sagen sie wieder, jetzt guck dir die Straße an, das ist ja schlimmer wie in Rumänien zum Beispiel, die Straße. Und wir schimpfen uns als Kurgemeinde, das darf eigentlich nicht sein da. Das ganze Bild muss zusammenpassen und das passt zum Teil jetzt heute nicht so. Ob es jetzt Straßen sind, ob es Schulen sind. Es wird alles ein bisschen angesprochen, es wird alles ein bisschen gemacht. Aber im Endeffekt, man sagt es auch, es wird nichts richtig gemacht. Und deswegen sind manche Eltern sauer, ob es jetzt um Kernzeitbetreuung geht, sind Jugendliche sauer, weil sie keine richtigen Möglichkeiten haben, sind die Leute an der Umgehungsstraße sauer, weil nichts vorwärts geht, schon seit über 40 Jahren. Dann sind Leute sauer, wenn es in Vereine oder Turnmöglichkeiten nicht gegeben sind, weil keine Turnstunde vorhanden sind. Die Vereine quillen über mit Kindern. Wir erschließen immer mehr Neubaugebiete und haben eigentlich unsere eigene Hausaufgabe vergessen. Die heißt eigentlich, wir müssen erst einmal gucken, dass die Bürger alles Mögliche haben, dann können wir wieder weiterdenken. Und dafür kämpfe ich, dafür will ich jetzt Bürgermeister machen. Ich hoffe, ich treffe dort den Nerv und viele Leute und sehe mal, was dabei rumkommt. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, ich habe bisher sehr schöne Erfahrungen gemacht, wenn ich mit vielen Leuten über meine Großeltern, meine Eltern gesprochen habe. Das sind sehr tolle Erinnerungen für mich. Das kann ich eigentlich schon sagen, dass ich jetzt eigentlich schon ein Gewinner bin. Ich habe schöne Sachen erlebt und was kommen mag, das weiß nur der liebe Gott. Und ich hoffe, ich gewinne. Ich wünsche es mir sehr gerne. Ich möchte für die Bürger da sein. Damit ist alles gesagt eigentlich. Dankeschön. Vielen Dank. Jawohl, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Kerti. Wir haben heute auf unsere Fragen von Ihnen aufschlussreiche Antworten bekommen. Wir wünschen Ihnen einen guten und fairen Restwahlkampf. Dankeschön. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir denken, dass auch Sie über das ein oder andere Thema neue Informationen erhalten haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Gehen Sie am 3. Februar wählen und gestalten Sie unsere Gemeinde mit. Zuversich. Schlaş. Bis zum nächsten Mal.